So ihr Lumpies da draußen, weiter geht's mit Dreamworld. Tja, letzte Folge hat unser guter Alexios in einem Wutanfall mal eben kurz die ganzen Bauteile zerstört. Ach, das ist halt doof, wenn wir Menschen schlachten. Ja, das findet ihr doof. Schlief in der Kälte? Wie kalt ist denn das? 19 Grad? Jetzt machen wir aber nicht hier... Jetzt macht man nicht hier einen auf Dingsbums. Oh, minus 10, weil er eine Fernkampfwaffe trägt. Okay. Äh, nee, dann tragt die doch einfach nicht. Hallö. Dann tragt die doch nicht. Äh. Fallen lassen. So. Dann ist er da schon wieder ein bisschen besser drauf, he? Teenager, wie lange geht denn das noch? Will imposanten Schlafraum. Er hat doch einen... Also... Hä? Aber... Äh... Dass ich ihn mit anderen Leuten teilen muss? Was labert der? Du liegst doch hier. Nee, doch nicht. Wieso nicht? Sag mal. Was soll das denn? Schlief in der Kälte? Ich kann im Moment nichts bauen, weil ich keine Bauteile mehr habe. Irgendjemand hat alle Bauteile zerstört. Ich weiß ja auch nicht, wer. So, da haben wir den versklavt. Sehr schön. Ähm... Was machst du denn so? Muss mal... Das hier alles ist klar. Kochen vier. Nee, das brauchst du, glaube ich, nicht. Feldarbeit ist super. Bergbau ist super. Waldarbeit kannst du machen. Im Steinbruch. Ja. Und ansonsten sowas hier. Genau. Das ist gut. Das ist gut. Handwerk. Ja. Sowas, ne? Ähm... Nö, 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 nö. So, das hier. Und dann müssen wir dir noch sagen, dass du natürlich nur ins Sklavengebiet kannst. Und dass du auch nur das Outfit 21 und... Ach, welches Loadout war das jetzt nochmal? Kann ich das nochmal kurz sehen? Welches war das jetzt nochmal? Das hier, ne? Aber das hat ja jeder. Wobei doch, äh, Loadout 1. So. Ja, eine Schutzweste kannst du anziehen. Und Schleier. Was auch immer. Was ist los? Menschenjagen, das Rudel. Ah, Moment. Ach du Kacke. Was ist denn das denn? Engelsmotte. Ich weiß nicht genau. Was die so machen? Sind die gut? Wildheit. Äh, Wildheit. Engelsmotte. Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Nahkampf DPS. Naja, das geht. Das ist machbar. Schauen, wenn du hier noch das fertig machst, wäre super. Das heißt, wenn die jetzt hier angreifen, dass wir dann mal da runter gehen und uns mal hier hinstellen. Wie lang liegst du denn jetzt hier nur rum? Mann, 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 Mann. So, Lea, du nimmst auch mal deine Waffe anstatt das Bier. Er ist halt nur der Nahkämpfer. Naja, gut, komm. Und du? Kannst du hier mal absteigen? Absteigen. Jetzt, 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 jetzt ist er wieder da drauf, oder? Jetzt ist er wieder da drin. Ja, natürlich. Es ist, das ist das Problem gewesen, Freunde. Ich bin abgestiegen. Aufsteigen? Nee, hilft nix. Muss wieder neu laden. Das ist, das ist so toll. Aufsteigen. Jetzt bring, ich gehe hier hin. Und du aber? Kannst du hier schon mal attacken? Boah, die halten viel aus. Die halten sehr viel aus. Oh je, das sind sehr viele. Und das wird sehr, sehr übel werden. Das wird sehr, sehr übel werden. Und dann, ähm, bitte Nahkampfwaffen rausholen. Sie hat ein Bier als Nahkampfwaffe. Feuer? Ich sehe halt einfach nichts, ne? Was passiert? Im Moment, sie ist ein bisschen verletzt. Haben wir denn noch mehr von unseren Viechern? Nicht wirklich. Schon, ähm. Wieso rennt der jetzt da rein? Nicht auf das Viech. Achso, die brennen jetzt, weil, äh. Äh. Ich will aber nicht, dass der da rein rennt. Hallo? Wo willst du hin? Und vor allem. Ach, das ist tot. Äh. Mein Gott, ich bin so doof. Komm, hilf mal da unten mit. Wenn die brennen, das ist ja gut. Wie viel leben denn da noch? Sebastian, du kannst hier auch mitmachen. Cleaning Bot ist tot. Okay, sonst sind alle da, ne? Sehe ich das richtig? Zum Glück haben die nicht so viel Schaden gemacht. Ah, ne, hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Ne, müssen wir noch. Sehr gut. Ähm. Kannst du die mal eben killen? Engels Motten. Hallo? Ich muss gleich nochmal laden. Also, es geht irgendwie ums Auf- und Absteigen. Irgendwie kriegen sie das nicht gebacken. Okay, der eine ist also kaputt gegangen. Der Cleaning Bot. So, die anderen können hier von mir aus sterben. Die sterben doch auch, oder? Ja, ja, ja. So, ich tue nochmal kurz speichern und wieder unter dem hier, ich will nämlich nicht, dass da was kaputt geht und dann wieder laden, sodass der Sebastian und die Spinne wieder getrennt sind, die sich da immer schön zusammentun, wenn man sagt, die sollen aufsteigen oder absteigen und wenn die dann auf einem Platz stehen. Also, der muss dann wieder neu hier die Sachen spawnen. Jetzt steht der nämlich wieder hier und er steht hier und alles ist gut, ne? Jetzt steigt der wieder auf, aber das ist nicht schlimm. Cleaning Bot ist tot. Ja, das hatten wir gerade schon. Habe ich schon gesagt, dass der repariert werden soll. Genau, wir haben aber keine Bauteile. Habe ich es erwähnt? 64 Bauteile sind dahin. Man könnte natürlich irgendwie das... Ne, kann man nicht. Jetzt lebt das Ding wieder. Doch nicht. Man könnte natürlich das irgendwie versuchen zu trennen. Ich weiß aber nur nicht wie. Da brauchst du ja einen vollen Stack. Also, wenn ich dem Lager sage, ähm... Ja, mach 10 Stück dahin und 10 Stück dahin, das geht ja nicht. So, da gibt es jetzt Mottenfleisch. Ist auch Insektenfleisch. Ja, hier wird gegessen. Lecker. Kann man machen. Kein Problem. Esst ihr mal da. So. Jawohl, das ist gut. Du erntest irgendwas. Sehr schön. Und den nächsten Sklaven. Komm, Miro und Komm, Bau. So. Tierpflege. Ja, warum nicht? Kannst du ja. Bergbau kannst du gut. Steinbruch kannst du gut. Dann bist du hier auch der hier und der hier. So. Und watchen tust du gar nichts. Dass das mal klar ist. So. Warum bauen die das da hinten nicht? Ist das nicht mein... Ja, deswegen. Hä? Habe ich das nicht mal gemacht? Oder war das mal vor dem Laden? Ich erinnere mich noch. Ne, das habe ich gemacht. Ja, okay. Ne, das war... Ich habe das danach noch mal hier erweitert. Deswegen bauen die das nicht. Ich wundere mich die ganze Zeit. Warum bauen die hier nichts ab? Mach ich denn da los? Ich bin ja voll doof. Aber jetzt. Wie? Sklavenausstellung? Du bist gerade eben erst... Du bist doch gerade eben erst... Zum Sklaven geworden. Ja, dann komm. Oh nein, er tötet meinen Roboter. Zurück ins Sklavenbett. Achso, haben wir nicht. Wir Sklaven. Tod in drei Stunden? Ja, dann müssen wir jetzt aber schon mal ein bisschen hinmachen, mein Freund. Ne, wenn du so doof bist, hast du das Vieh jetzt kaputt gemacht? Ne. Wisst ihr, also... Ich behandle euch hier super. Lass euch hier super Sklaven sein. Ah, Sebastian macht das schon. Okay. Und ihr macht dann so einen Blödsinn hier, ne? Finde ich gar nicht gut. Ich würde ja gerne hier, äh... Oh, guck mal, Schädel ent... Ich kann es plötzlich. Was habe ich jetzt? Wieso? Natürlich sofort Schädel entnehmen. Ich brauche hier die... Hä? Das ging es letztes Mal nicht. Weil dann kann ich nämlich die Teile bauen. Diese, ähm... Wo sind sie denn? Jetzt. Komm schon. Schädelspieß. Natürlich aus Knochen. Hier, überall hin. Einmal hier hin. Ich bin... Dieses Spiel macht mich fertig, ne? Gleich hier, wenn ihr rauskommt aus eurem Sklaven-Dings. Und wir haben ja drei. Wenn wir nochmal hier oben irgendwie... So. Ah. Das Spiel macht mich fertig. Mach das mal bitte hier. Fehlendes Pro-Schädelspieß-Gebot. Wer hat denn das? Du, oder? Nein. Es hat jetzt wieder keiner. Ich kriege... Ah doch. Sie. Mach mal. Steh mal auf. Und entnimm einen Schädel. Sehr schön. Danke. Zumindest hat einer das Pro-Schädelspieß-Gebot. Bin ja ganz froh. Ja, ja, ja. Dir geht es aber überhaupt nicht gut, ne? Ja, das mit den Leichen und so... Raum mit Sklaven geteilt. Ja, das finde ich auch doof. Ja, ja. Das müssen wir schnell beheben. Das heißt, ihr müsst hier oben... Genau, da wird jetzt hier ausgebaut. Da wirst du schnellstens, kriegst du dein eigenes Reich. Gesundheit, danke. Ja, hier wird schon ausgebaut. Ja, ja. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Und dann kriegst du hier deinen eigenen Raum. Das wird großartig. Außer... Wieso hat der jetzt eine Wundinfektion bekommen? AdSend. AdSend. So, und ich tue mal neu montieren. Äh, hier. Kopieren. Kopieren. Der Rest ist ja schon... Das hier natürlich dringend wegtragen. Ja, jetzt stimmt er mir hier an der Wundinfektion. Ja. Naja, er wollte halt flüchten. Haben halt nur einen Sklaven. What's all's, ne? Achso, das müssen wir noch hier glatt machen. Damit das auch hier fällt. So. Der liegt nur rum. Diese blöden Muskelparasiten gehen mir auf den Sender. Ich glaube, ich muss bei dem rausmachen, dass der hier Bettruhe machen muss, weil sonst macht der ja gar nichts. Aber der kann ja auch nichts machen. Der liegt... Der ist bewurstlos. Der ist richtig bewurstlos. Warum auch immer. Ah. Nervig. Äh. Bitte mal eben kurz das schnell machen, damit die Gute hier in das Zimmer ziehen kann. Da. Weil du hast jetzt schon mal ein bisschen besseres Zimmer. Sklaven in der Kolonie. Findet sie gut? Keine Hinrichtung, ist doof. Bestimmt dunkel ist es bei dir. Ja, da müssen wir die Wände noch decken. Kriegen wir hin? Was hiermit? Mach das Viech weg. So, Fallen bauen. Sehr gut. Und nicht bei Sebastian mit seinem... Äh. Mit seinem Spider-Pig hier rummachen, weil, ähm... Sonst, äh... Spider-Pig. So, Spider-Pig. Sonst, ähm... Verschmelzen dich wieder. Also, Vorsicht, ne? Sag mal, Sean. Mal, du behandelst. Ich wollte gerade sagen, du könntest ja mal sowas hier bauen. So, die ist mal wieder verwirrt. Ah, also... Diese Teenager aber auch. Hier, komm, beruhig dich doch mal. Es wird Zeit, dass wir wieder irgendjemand mit Hand wegkriegen, dass wir nur noch Androiden haben. Ich krieg hier die Krise mit diesen Menschen, die ja die ganze Zeit hier nur irgendwie psychische Probleme haben. Was soll denn dat? Kriegshändler. Na gut. Mal sehen, was so ein Kriegshändler macht. Der Gute webt Stoff. So, ich möchte mal, dass du jetzt das hier machst. Möchte, dass hier jetzt mal so ein Schädel gebaut wird. Damit die ja auch hier schön unterdrückt sind. Sklavenaufstand droht. Warum? Wo ist hier derjenige, mit dem ich handeln kann? Hallo? Da? Nee, da. Mal gucken, was die dabei haben. Pumas, Varg. Oh, Spiderpick. Kräuter-Medizin. Ähm, Kräuter-Medizin. Kann nicht schaden, ne? Kaufen wir mal. Äh, Knüppel. Der ist ja sowieso gleich kaputt. Ähm. Ähm. Mhm. Speer. Ja gut, die Bögen, die können weg. Die brauchen wir nicht. Autoschrotflinte lassen wir mal. Revolver kann weg. Repetiergewehrpistole. Die Rebellenpistolen sind auch Schrott. Die anderen Sachen würde ich mal lassen. Hier mal wieder irgendwelche Sachen, die kaputt sind. Stammeskleidung. Dann alles weg. Der Parker ist kaputt. Schleier ist kaputt. Das hier alles. Schleier, Schleier, Schleier. Holzmaske. Alles Schrott. Schlappmütze. Okay. Schoolmaske. Kriegsmaske. Auch weg. Ähm. Die Helme lassen wir. Das lassen wir alles. Wobei das hier, also. Komm. Die können wir lassen, aber die anderen waren ja alle so kaputt. Ich hätte gerne Bauteile gehabt. Damit wir hier ein bisschen was hätten machen können. Infizienischer Notfall. Ja. Ich weiß, aber ich kann mit dem. Er ist auch verwirrt, aber ich kann ihn leider nicht heilen. Es wird nicht reichen. Deswegen bitte auch nicht behandeln. Wir verschwenden keine Zeit oder Ressourcen, um den jetzt irgendwie hier zu behandeln. Es tut mir leid. Wie viele Millionen Jahre geht das noch mit deinen Muskelparasiten? Mal weiß es nicht. Guck mal, der läuft mir jetzt hier die ganze Zeit hier durch die Fallen und löst sie wieder aus, oder was? So, da ist er tot. Okay. Sehr gut. Geh doch einfach weg, du Viech. Nein, er läuft mir hier durch. Also, das ist ja eine Blablablabla. Der arbeitet jetzt hier im Steinbruch. Aber kannst du nicht eher hier... Achso, das ist Bauen. Verstehe. Sonneneruptionen nicht gut. Auf die hält nicht so lange an. So, durchquert jemand das Gebiet. Wie sieht es denn aus mit euch? Mit dir kann ich dich... Kann ich dich nicht einfach... Wieder... 20% ist mir zu hoch. Wenn der nämlich angreift, dann kriege ich ihn nie tot. Ich habe jetzt überlegt, ob ich den vielleicht zähme. Dass wir wieder einen neuen Mr. Krabs haben. Aber das ist mir jetzt ein bisschen zu heikel. Wenn der nämlich sich da wehrt gegen, dann werde ich den nie wieder sterben können. Tun lassen, weil ich den nicht totkriege. So, wie sieht es aus bei euch? Müsst ihr mal eben umschalten auf... Nicht Batterie verwenden. Bei dir geht es noch. Aber Sean... Muss man irgendwie anders seine... Lea ist immer noch verwirrt. Muss man anders seine... Seine Ernährung wieder auffüllen. Hat er gemacht. Sehr gut. Sklavenaufstand. Ja, Komiro ist der aufmüpfigste. Sklave ist auch der einzigste. So, Sonderoption ist vorbei. Das heißt, du kannst wieder deine Batterie verwenden. Sehr schön. Da bin ich aber froh. So, da werden hier die Schädelspieße gebaut. Sehr gut. Schädel von Weißer Büffel. Schädel von Iliori. Ah ja. Das unterdrückt den nicht. Doch. Untherische Festlichkeit. Soll das was... Soll ich das mal machen? Erwartete Qualität 11% ist natürlich mega schlecht. Nö, machen wir einfach nicht. Wir machen einfach keine Rituale. Hier gibt es keine Rituale. Wir sind einfach nicht religiös. Oder sonstig ideologisch eingestellt. Oh, was hier ist? Immer noch ein Holz. Sag mal. Ich will doch nur noch... Knochen... Ach, jetzt ist sie wieder... Wenigstens ist sie wieder... Äh, äh, dabei. Eingemacht? Ja, wieso gehst du denn nicht einfach aufs Klo? Man weiß es nicht. Der kann nicht laufen. Der gute Mann. So, das ist gut, dass sie hier baut. Aber... Geh doch jetzt mal weg. Felsenkrabbe. Und mach mir nicht wieder die Fallen kaputt. Danke. Kusch, kusch. Weil dann könnt ihr nämlich endlich hier weitermachen, das hier weiter auszubauen. So, graue Wespe. Dann kriegst du hier auch noch ein Dings. Bums. Oh. Äh, falls du mal wieder irgendwann von deinem... Irgendwas erwachst. Oh, cool. Guck mal, er hat jetzt hier... Äh, was ist das? Zinn. Kommt da unter Umständen auch mal Bauteile raus? Nee, ne? Ach, jetzt... Also... Er ist nervig. Ich glaube, mit Sklaven komme ich gerade nicht klar. Die gehen mir gerade nur auf den Sender. Wo seid ihr denn alle? Schorn ist hier. Geh mal da raus. Wo hat er jetzt den Bogen her? Au. So. Tot in drei Stunden. Wir fangen, wir fangen ihn ein und wir machen ihn zu einem von uns. Ich brauche keine Sklaven im Moment. Es ist mir nämlich sonst zu nervig, die ganze Zeit hier Sklaven aufstände. Ich glaube, du musst ihn erst mal behandeln. Tot in zwei Stunden. Vielleicht brauchen wir auch gar keine Sklaven mehr. Wenn der jetzt erst noch die Dings hier holen muss. Schorn, schorn, schorn. Das war eine knappe Geschichte hier. Das wird er nicht packen. Aber, was haben wir daraus gelernt? Erstmal keine Sklaven mehr. Keine Sklaven, bis wir nicht genug Leute sind, die hier unterdrücken. Würde ich jetzt sagen, oder? Gucken wir mal beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Ich würde mal sagen, Leute, macht's gut. Bis dann.